Schönen Sonntagvormittag, herzlich willkommen bei der ORF-Pressestunde am Ende einer politisch außergewöhnlichen Woche. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Bundeskanzler, das ganze Land bereitet sich auf die Öffnungen nach dem Lockdown vor und doch werden die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise uns noch lange beschäftigen, ganz besonders am Arbeitsmarkt. Über all das sprechen wir heute mit unserem Gast, ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher. Guten Tag und danke fürs Kommen. Guten Morgen, vielen Dank für die Inladung. Gerne. Die Fragen stellt mit mir gemeinsam Hanna Kordig, die Leiterin des Wirtschaftsressorts bei der Tageszeitung Die Presse. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Herr Kocher, Sie sind seit 125 Tagen Arbeitsminister und wir werden auch ausführlich über den Arbeitsmarkt sprechen. Aber wir beginnen natürlich mit dem größten politischen Aufregerthema der Woche, den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen des Verdachts der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wie schwer wiegen die Vorwürfe aus Ihrer Sicht? Ich glaube, der Bundeskanzler hat schon sehr klar Stellung genommen. Ich sehe das sehr ähnlich, wie er das sieht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen und ich kenne ihn jetzt etwas besser als davor, dass er bewusst die Unwahrheit gesagt hat im Untersuchungsausschuss. Es ist tatsächlich eine starke Polarisierung, die wir insgesamt wahrnehmen jetzt in der Politik zwischen Opposition und Regierung. Das ist nicht ganz angenehm. Ich glaube, es wäre gut, wieder zur Sachpolitik zurückzukehren. Das tun wir in der Regierung so gut es geht. Der Bundeskanzler rechnet ja selber mit einer Anklage und will er in diesem Fall nicht das Amt niederlegen. Im Falle einer Verurteilung müsste er dann aus Ihrer Sicht zurücktreten? Also jetzt glaube ich gilt, solange überhaupt noch keine Anklage erhoben ist, die Unschuldsvermutung. Das gilt auch weiterhin. Und über alles andere, glaube ich, ist es viel zu früh zu spekulieren. Wir warten mal ab, was jetzt passiert. Herr Kocher, Sie sind ja auch Verhaltensökonom. Ist all das, was da jetzt passiert, dem Vertrauen in die Politik zuträglich? Es ist natürlich nicht einfach. Politik ist kein Ponyhof. Das ist ganz normal so. Aber es ist im Moment sicher so, dass, und das gilt nicht nur für Österreich, sondern generell in Europa, in der ganzen Welt, die Polarisierung zunimmt. Das ist vielleicht auch eine Folge der Pandemie. Schwierige Entscheidungen zu treffen, große Anspannung, natürlich auch große Einzelschicksale, die aus der Pandemie kommen. Dadurch wird die Politik noch schärfer, noch polarisierter. Und das sehen wir jetzt natürlich auch in Österreich. Und natürlich tut das dem Vertrauen der gesamten Politik gegenüber nicht gut. Deswegen glaube ich, die Unterscheidung zwischen Sachpolitik und der Politik, wo Person X das sagt und Person Y das sagt und diese Polarisierung entsteht mit Anzeigen, das glaube ich ist wichtig. Und wir müssen zur Sachpolitik zurückkehren aus meiner Sicht. Aber es ist ja nicht die Justiz polarisiert oder doch aus Ihrer Sicht, denn die ÖVP hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder scharf die Justiz kritisiert. Besonders die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die auch jetzt ermittelt. Werfen Sie auch da der Justiz vor, Teil einer Polarisierung zu sein, sich instrumentalisieren zu lassen? Oder sehen Sie die Justiz als unabhängig? Die Justiz in Österreich ist unabhängig. Und ich glaube, es ist ja auch so, dass wenn Anzeigen passieren, dass ermittelt werden muss. Und das wird gemacht. Die Frage ist, wie viele Anzeigen kommen vor? Wie viele kommen aus der Politik? Da gibt es schon ein gewisses System dahinter. Aber die Justiz ermittelt aus meiner Sicht unabhängig. Und das ist auch gut so. Und das soll auch so bleiben. Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber aus meiner Sicht. Sie sind ja als Experte, als renommierter Wirtschaftsforscher in die Regierung geholt worden. Mittlerweile gehören Sie einer Ministerriege an, wo der Finanzminister zu den Beschuldigten gehört, also Beschuldigtenstatus hat. Bei ihm auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Der Bundeskanzler, wie schon erwähnt, wird jetzt auch als Beschuldigter geführt. Fühlen Sie sich dann auch wohl in dieser Ministerriege? Ich bin da sehr gut aufgenommen worden, bin sehr schnell ins Amt auch gekommen und musste auch sehr schnell agieren. Ich konzentriere mich natürlich vor allem auf die Aufgaben am Arbeitsmarkt. Es sind ganz große und große Herausforderungen, die auf uns warten, auch in den nächsten Wochen und Monaten noch. Aber die Regierung arbeitet gut. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Gesetze durchs Parlament gehen, gibt es da keinen Stillstand. Es gibt natürlich Ablenkungen, das ist richtig und das ist nicht optimal. Aber was die Sachpolitik betrifft, gibt es große Fortschritte. Das bestätigen, glaube ich, alle und auch die außerhalb der Regierung können das bestätigen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es zu Neuwahlen kommen könnte? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Wenn es aber dazu kommt, würden Sie weiterhin als Politiker zur Verfügung stehen? Darüber habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken gemacht. Der Horizont meiner Entscheidungen war die Legislaturperiode. Ich gehe davon aus, dass sie bis zum Ende dauert. Und was dann passiert, glaube ich, kann niemand im Moment vorhersagen. Wenn vorher was passiert, müsste ich mir das neu überlegen. Ich habe mich da nicht festgelegt und kann mich, glaube ich, auch nicht festlegen, weil nicht klar ist, in welcher Konstellation das dann wäre. Weil Sie hier eine aufgeherzte politische Stimmung sehen. Vor einer Woche hat Ihre Regierungskollegin Elisabeth Köstinger hier in der Pressestunde den Untersuchungsausschuss als politische Löwinger-Bühne bezeichnet. Wie sehen denn Sie die Arbeit des Untersuchungsausschusses und die Arbeit des Parlaments ganz generell? Ich glaube, es sind sich alle einig, dass Untersuchungsausschüsse ein ganz wichtiges demokratisches Instrument sind. Die Frage ist, wie sind sie ausgestaltet? Ich war noch nie beim Untersuchungsausschuss und kann deswegen auch nicht gar so viel darüber sagen. Ich hoffe auch nicht, dass das als Einladung verstanden wird, dass ich jetzt da hinkommen soll, weil ich auch nicht viel sagen kann zu dieser Zeit. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass auch in Untersuchungsausschüssen es eine sachorientierte Aufklärung gibt. Und das muss durch die Geschäftsordnung sichergestellt sein. Aber grundsätzlich sind Untersuchungsausschüsse und das Parlament ohnehin ganz, ganz wichtige Instrumente der Politik. Und ich habe großen Respekt davor und gehe immer sehr gerne ins Parlament und versuche dort auch möglichst wahrheitsgemäß und ausführlich Reden und Antwort zu stehen, wenn ich dort bin. Hätten Sie ein Problem mit der Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss? Da gab es ja auch eine von der ÖVP angestoßene Debatte über die Abschaffung. Ich persönlich überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass da ein Missverständnis besteht. Die Frage ist natürlich, wie ist die genau ausgestaltet? Und wenn ich weiß, dass jede Aussage, die ich dort mache, vielleicht mich gefährden könnte irgendwann, weil vielleicht irgendetwas nicht gestimmt hat, dann führt das nicht dazu, dass ich sehr oft sagen werde, ich kann mich nicht erinnern. Und das ist auch nicht optimal. Also ich glaube, die Debatte ist interessant, aber die Wahrheitspflicht grundsätzlich ist natürlich wichtig für den Untersuchungsausschuss. Es wird ja auch im Zusammenhang mit dem U-Ausschuss der politische Stil kritisiert, bemüht. Wie betrachten Sie den politischen Stil, wenn man diese Chatprotokolle, die Sie sicherlich ja auch gelesen haben, wo es um Postenvergaben geht, auch für nicht ganz unwichtige Posten in der Wirtschaft, wie bezeichnen Sie da den politischen Stil? Es war ja alles vor meiner Zeit in der Politik. Ich glaube, da sind sich auch alle einig und ich habe das auch schon gesagt. Ich finde das nicht zum Teil nicht ganz elegant, was da passiert ist. Es ist vieles salopp formuliert worden. Das war nie für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Frage ist, ob etwas Strafrechtliches dahinter steht. Das wird geklärt. Aber dass das natürlich keine besonders literarischen Werke waren, ist klar. Bevor Sie in die Politik gewechselt sind, waren Sie Chef des Instituts für höhere Studien, Wirtschaftsforscher, anerkannt, renommiert. Da würde mich interessieren, wir hätten Sie dann sozusagen als Wirtschaftsforscher den Umstand gesehen, dass der Thomas Schmid auf die Ausschreibungskriterien für den ÖBA-Geschäftposten, auf den er sich dann bewirbt, Einfluss nimmt. Ist das üblich in der Wirtschaft aus Ihrer Sicht? Also das ist jetzt, glaube ich, eine Frage der Wirtschaftsforscher nicht beantworten kann, weil es eine politische Frage ist. Aber weil Sie so eng an der Wirtschaft sind als Wirtschaftsforscher. Also dass natürlich in Positionen, wo die öffentliche Hand einen großen Anteil hat, die Politik ein Interesse hat, dort Leute zu sitzen zu haben, auf die sie vertrauen. Das, glaube ich, ist auch klar. Das bringt uns zur allgemeinen grundsätzlichen Frage, wie stark sollte denn die Politik überhaupt Einfluss auf Unternehmen nehmen. Das ist, glaube ich, die Frage der Wirtschaftsforscher. Wie stark sollte sie das tun? Das sollte sie dann tun, wenn Infrastruktur und systemrelevante Infrastruktur betroffen ist. Ich glaube, die ÖBAG ist ein Beispiel, wo sehr viel davon erfüllt ist. Das sollte sie nicht tun, wenn es darüber hinausgeht, aus meiner Sicht. Und es gibt ja viele Beispiele, wo es dann auch Diskussionen darüber gibt, wo ich glaube, der Staat soll sich da eher zurückhalten. Soll natürlich unterstützen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten des Staates zu unterstützen, über Forschungsförderung und so weiter, Investitionsprämien, aber eben nicht die Leitung von Unternehmen direkt beeinflussen. Eine kurze Frage noch zu den Chatprotokollen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, die Formulierungen in diesen Chatprotokollen waren jetzt nicht unbedingt elegant, aber Sie sehen da jetzt nicht unbedingt was Verwerfliches daran. Habe ich Sie das richtig verstanden? Inhaltlich, ich kenne nicht alle. Sie haben auch unterschiedliche Qualität, klarerweise, aber das wird geprüft im Moment von der Staatsanwaltschaft. Und ich persönlich in den Bereichen, die ich kenne, sehe nichts Verwerfliches, sondern es sind einfach nicht elegante Formulierungen. Vor Ihrer Zeit als Politiker haben Sie an der Uni Innsbruck einen Vortrag im Jahr 2019 gehalten mit dem Titel, was beeinflusst unmoralisches, moralisches Verhalten in der Wirtschaft? Was beeinflusst denn unmoralisches Verhalten in der Politik? Naja, auch das Gleiche wie in der Wirtschaft. Die Frage ist nicht, was ist unmoralisches Verhalten, was ist die Moral? Wir wissen natürlich, dass Anreize moral beeinflussen. Wir wissen, dass Rahmenbedingungen die moral beeinflussen, welche Strafen ich erwarten kann, welche Belohnung ich habe, wenn ich mich moralisch verhalte. Also das gesamte Anreizsystem beeinflusst das. Und das habe ich damals in diesem Vortrag etwas ausführlicher behandelt. Und das gilt für die Politik genauso wie für die Wirtschaft. Wirtschaft, kommen wir zu Wirtschaft, kommen wir zu Ihrem Thema, für das Sie politisch zuständig und verantwortlich sind. Wir haben dazu eine Grafik über die Arbeitslosenzahlen seit Ausbruch der Corona-Krise vorbereitet. Wir sehen die höchsten Arbeitslosenzahlen der Zweiten Republik. Aktuell sind 418.000 Menschen arbeitslos. Das Wirtschaftsforschungsinstitut schätzt, dass wir erst im Jahr 2025 wieder eine Arbeitslosenquote wie vor der Krise haben. Sie sagen schon Anfang 2023. Was wissen Sie, was das WIFO nicht weiß? Das WIFO und auch das IAS machen Langzeit- oder Mittelfristprognosen, was Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit betrifft. Und da ist die aktuelle Prognose des WIFOs mit dem Ergebnis, dass die Arbeitslosigkeit ungefähr 2025 wieder zurückgeht auf das Niveau von 2019. Da sind aber einige Maßnahmen noch nicht berücksichtigt der Regierung. Das kann auch nicht berücksichtigt sein, weil bei solchen Prognosen immer nur Dinge berücksichtigt werden, die wirklich beschlossen sind. Also das Programm Sprungbrett für Langzeitarbeitslose ist da noch nicht berücksichtigt. 2023 ist das große Ziel der Regierung, nicht Anfang, sondern 2023. Das ist aber sehr ambitioniert. Ich hoffe, wir schaffen, dass wir wissen aus früheren Krisen, dass sich Arbeitslosigkeit verfestigt und dass der Abbau von Arbeitslosigkeit nach einer Rezession einfach viel länger dauert, als das wir uns alle wünschen würden. Das ist eine große Aufgabe und wir werden so gut es geht Maßnahmen setzen, dass das auch gelingt bis 2023. Aber es ist sehr ambitioniert. Wir haben ja diese sehr hohen Arbeitslosenzahlen. Ich glaube, rein rechnerisch kommt auf eine offene Stelle kommen mehr als fünf Arbeitslose. Trotzdem beklagen etliche Betriebe, dass sie nicht Fachkräfte bekommen. Was ist da das Problem Ihrer Meinung nach? Ist es ein Qualifikationsproblem oder ist es eher das Problem, dass da vielleicht manche nicht arbeiten wollen? Es ist vor allem ein Qualifikationsproblem. Ich glaube auch, dass wichtig ist zu sagen, dass diese Stellenandrangsziffer, also wie viele offene Stellen gibt es für jeden Arbeitslosen, dass die nicht etwas verfälscht ist. Es gibt eine neue Plattform des AMS. Da sind 300.000 offene Jobs in Österreich, nicht alle sofort verfügbar. Aber es sind mehr als die, die nur beim AMS gemeldet sind, im AMS-Register gemeldet sind. Also es gibt mehr offene Jobs. Aber natürlich haben wir in vielen Fällen eine qualifikatorische Unterscheidung zwischen dem, was am Arbeitsmarkt nachgefragt wird und dem, was angeboten wird. Wir haben 44 Prozent der Arbeitslosen, die maximal Pflichtschulabschluss haben. Und nachgefragt werden vor allem jetzt in der Industrie zum Beispiel, aber auch im Bau, im Handwerk Leute mit einer Fachausbildung, mit Lehre oder darüber hinaus. Das heißt, der entscheidende Punkt der nächsten Jahre wird sein müssen, dass wir Qualifikationsmaßnahmen so setzen, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften von den Unternehmen eben auch von den Arbeitslosen erfüllt werden kann. Wir haben nach der Finanzkrise gesehen, dass es sehr lange gedauert hat, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, weil zwar Beschäftigung gestiegen ist, sehr stark gestiegen ist, aber gleichzeitig der Großteil der Leute, die angestellt wurden, eben nicht aus dem Pool der Arbeitslosen kamen. Und das ist die große Aufgabe jetzt nach dieser Krise mit der Corona-Job-Offensive, eben Qualifikationsmaßnahmen zu setzen. Aber den Fachkräftemangel beklagen Unternehmen seit vielen, vielen Jahren. Was werden sie tun, um diese Versäumnisse aufzuholen? Also erstens gibt es die Corona-Job-Offensive, diese 700 Millionen dieses Jahr und nächstes Jahr, wo wir über 100.000 Menschen qualifizieren wollen für Zukunftsbereiche. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Natürlich gibt es weitere Schritte. Es geht um das Bildungssystem. Es geht auch darum, die Unternehmen davon zu überzeugen, selbst natürlich auch mehr zu tun. Also in der Lehrlingsausbildung, in der beruflichen Weiterbildung, es wird eine große Herausforderung werden. Und ich glaube, der Fachkräftemangel ist die letzten Jahre immer wieder in Hochkonjunkturzeiten beklagt worden. Das ist auch immer so, das ist normal für Hochkonjunkturzeiten. Wir sehen aber jetzt in den nächsten Jahren eine demografische Entwicklung, wo wir generell auch zu Zeiten von nicht so guter Konjunktur möglicherweise Schwierigkeiten haben, am Arbeitsmarkt Fachkräfte zu bekommen, weil eben geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen und kleinen Rekorden nachkommen und damit ein Fachkräftemangel endemisch wird. Und das ist etwas, was wir bekämpfen müssen, weil wir gleichzeitig Fachkräftemangel und hohe Arbeitslosigkeit gesellschaftlich nicht dulden dürfen. Dennoch wird es wohl nicht schaden, wenn man einige Menschen, die keine Arbeit haben, auch eventuell ein wenig motiviert, sich eine Arbeit tatsächlich zu suchen. Stimmen Sie zu? Wir haben uns ja vorgenommen, nach der Krise, wenn der Arbeitsmarkt sich einigermaßen normalisiert hat, über alle Regeln, was den Arbeitsmarkt betrifft, uns zu unterhalten. Das steht auch im Regierungsprogramm, eine Arbeitsmarktreform, Arbeitslosengeld, Zumutbarkeitsbestimmungen, zu Verdienstgrenzen, Zulagen, die es gibt. All das muss, glaube ich, diskutiert werden. Und wir schaffen es hoffentlich, ein besseres System zu schaffen, dass alle motiviert, möglichst rasch eine Arbeit zu machen. Aber wieso diskutiert man das erst nach der Krise? Das könnte man ja eigentlich jetzt schon auch diskutieren und dann mehr oder weniger startklar sein nach der Krise, oder? Ja, im Moment, glaube ich, war der Fokus sehr, sehr stark auf die Krisenmaßnahmen und wir werden sehr bald beginnen, einen breiten Reformdiskussionsprozess zu starten. Das, glaube ich, ist auch wichtig, dass dafür auch jetzt nicht nur in der Politik, sondern darüber hinaus auch die Kapazität besteht. Im Moment sprechen wir über einen sehr, sehr eingeschränkten Arbeitsmarkt durch die Krise. Das wird sich aber rasch wieder ändern, hoffentlich. Und damit, glaube ich, ist auch für alle die Voraussetzungen gegeben, über das zu diskutieren. Es ist ein bisschen Wunschdenken. Die Diskussion hat natürlich schon begonnen und zwar angeschlossen vom ÖVP-Wirtschaftsbund. Der sagt, das Arbeitslosengeld, da muss man Reformen machen, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr bezahlen als jetzt. Zur Erklärung für die Zuseherinnen, das sind 55 Prozent jetzt des Letztgehalts. Der Wirtschaftsbund sagt am Anfang vielleicht 70, aber dann schon einige Monate auf 40 Prozent absenken, damit der Anreiz quasi größer wird, sich eine Arbeit zu suchen. Man könnte auch sagen, damit der Druck größer wird. Findet dieses Modell Ihre Zustimmung? Es gibt ja viele Vorschläge. Sie haben jetzt eines rausgegriffen, es gibt nicht auch den Vorschlag. Aber der ist vom ÖVP-Wirtschaftsbund, jener Partei, die Sie als Minister nominiert hat. Und mich würde interessieren, ob Sie den aufgreifen, weil für ein sogenanntes degressives Modell sind Sie eben auch. Wie gesagt, wir werden alle Vorschläge diskutieren. Das ist einer von vielen Vorschlägen. Ich glaube nicht, dass einer der Vorschläge, die es gibt, eins zu eins umgesetzt wird. Ich glaube auch, dass es nicht gut ist, sich jetzt da festzulegen vor so einer Diskussion, weil es wirklich wichtig ist, auch ins Ausland zu schauen, was machen die dort. Da gibt es degressive Modelle, die gut funktionieren. Möglicherweise muss man auch sogar tiefer reingehen und sich Gedanken machen, vielleicht gibt es unterschiedliche Modelle in guten und schlechten wirtschaftlichen Zeiten. Wir haben jetzt gesehen, in schlechten Zeiten muss man ja teilweise auch mehr machen. Wir haben die Notstandshilfe jetzt befristet immer wieder erhöht auf das Niveau des Arbeitslosengeldes, weil klar ist, man findet keine Arbeit. Deswegen wäre so ein Vorschlag, der das noch senken würde in ganz schlechten Zeiten, nicht zynisch. Das ist keine Frage. Nur in guten Zeiten gibt es nicht Möglichkeiten, vielleicht für einige Personen auch Arbeit zu finden, für viele Personen Arbeit zu finden. Und dann ist die Frage, wie müssen dort die Systeme ausschauen. Also vielleicht muss das Ganze auch etwas innovativer gedacht werden. Insofern, ich freue mich auf eine sehr sachorientierte Diskussion und ich hoffe, dass sich alle daran beteiligen werden. Aber eben nicht jetzt. Sehr bald, also im zweiten Halbjahr, klarerweise. Aber kurzer Sightstep, war eigentlich der Vorstoß des ÖVP-Wirtschaftsbundes mit Ihnen abgesprochen? Also ich spreche jetzt nicht, ich spreche viel mit dem ÖVP-Wirtschaftsbund, auch mit anderen Bünden, auch mit anderen Parteien. Ich kenne den, der Vorschlag ist ja kein Neujahr. Der Vorschlag existiert seit ein paar Jahren vor der Corona-Krise schon. Warum der jetzt wieder Aufmerksamkeit bekommen hat, weiß ich nicht. Naja, weil es das Papier halt gibt und dann auch entsprechende politische, sehr, sehr harsche Reaktionen dazu. Also möglicherweise war jetzt das Timing nicht unbedingt optimal. Und deswegen meine Frage, ob das mit Ihnen abgesprochen war, beziehungsweise ob Sie gar verärgert waren über diesen Vorstoß? Das Timing, glaube ich, war jetzt nicht bewusst so gewählt. Das liegt, glaube ich, daran, dass das Papier schon existiert hat seit einiger Zeit und irgendwer hat das dann nach außen gebracht. Es war nicht abgesprochen. Und der Zeitpunkt wird dann optimal sein, wenn wir über dieses Thema diskutieren ausführlich. Sie versuchen sich da jetzt alles offen zu halten. Die Grünen, ihr Koalitionspartner, hat da schon sehr konkret Stellung genommen und hat angesichts dessen, dass die 55 Prozent ein international sehr niedriger Wert beim Arbeitslosengeld sind, auch klar gemacht, dass es ein Absenken auch in einem degressiven Modell unter die 55 Prozent mit Ihnen nicht geben wird. Wird es das mit Ihnen auch nicht geben? Also die 55 Prozent sind die Unterkante? Das hängt sehr stark davon ab, was alles drumherum auch passiert. Wir haben zum Beispiel eine Eigenheit in Österreich, dass es Zuverdienstmöglichkeiten gibt, geringfügig, während der Arbeitslosigkeit auch zeitlich unbefristet. Das spielt sicher eine Rolle. Wir haben eine Notstandshilfe, die nach der Arbeitslosenunterstützung einsetzt, die zeitlich unbefristet ausgezahlt wird. Auch das spielt eine Rolle. Also ich glaube, man sollte es nicht nur, und das ist nicht klar in der politischen Diskussion, am einfachsten das Niveau des Arbeitslosengeldes als einziges Element herausgreifen. Es hängt vom Gesamtsystem ab. Und das Ziel muss sein, eine Reform zu haben, wo wir danach alle besser stellen. Also dass Leute schneller Arbeit finden, dass Menschen auch besser abgesichert sein. Und es kann durchaus sein, dass es am Anfang auch etwas mehr ist als die 55 Prozent, weil die tatsächlich im internationalen Vergleich zu Beginn von Arbeitslosigkeit recht tief sind. Wird es am Ende weniger sein als 55 Prozent? Das war die Frage. Das hängt, wie gesagt, davon ab, was sonst noch alles an Rahmenbedingungen geändert werden können oder müsste. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Sie sich da nicht in die Karten schauen lassen wollen. Ich würde noch gerne fragen zu dem Faktum, dass Sie gesagt haben, dass es an sich im Regierungsübereinkommen auch festgehalten wurde, dass es zu einer Reform des Arbeitslosengeldes kommen soll. Jetzt war ja eigentlich die Reaktion der Grünen doch ziemlich resch. Also es wurde von Ideologie begründeten Bestrafungsfantasien gesprochen. Das schaut mir jetzt nicht so aus, als würde man Regierungsübereinkommen hin oder her da irgendwo auf einen grünen Zweig kommen. Also ich glaube, nach der Krise haben alle Interesse daran, dass wir ein System schaffen, das auch für alle Zeiten später, für gute und schlechte Zeiten später funktioniert. Das österreichische System ist gut, aber ich glaube, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten und ich werde alles daran setzen, dass wir da was zustande bringen. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber ich glaube, mit vielen Argumenten, es gibt viele empirische Studien, es gibt fast kein Thema, das so gut untersucht ist, wie eben die Wirkung von verschiedenen Anreizen am Arbeitsmarkt. Da kann man sich vieles anschauen, auch aus dem Ausland. Und das sollten wir einfach ganz nüchtern und emotionslos tun. Warum lassen Sie sich dann so lange Zeit, wenn eh alles am Tisch liegt? Weil ich glaube, dass es Sinn macht, das zu diskutieren, wenn der Arbeitsmarkt eine gewisse Normalität wieder erreicht hat. Im Moment geht es wirklich darum, diese akute Krise abzufedern und dann geht es um die Reform. Es macht auch keinen Sinn. Wir haben ja auch mit dem Programm Sprungbrett für die Langzeitarbeitslosen gewartet, weil es auch da Sinn macht, nach der akuten Krise anzusetzen. Sonst hätte das auch negative Effekte auf den Arbeitsmarkt gehabt, Verdrängungseffekte. Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt für Dinge zu finden. Apropos Regierungsübereinkommen. Das Regierungsübereinkommen von ÖVP und FPÖ seinerzeit hat ja auch eine Abschaffung der Notstandshilfe beinhaltet. Wie stehen Sie grundsätzlich zu so etwas? Sie haben ja seinerzeit in Deutschland das ja durchaus lobend erwähnt. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Lobend erwähnt habe ich die Zusammenführung bei einer Institution, damit man weiß, voneinander in Österreich haben wir das Problem, dass schon verschiedene Institutionen zu verschiedenen Zeiten verantwortlich sind für Unterstützungsleistungen. Das macht es kompliziert in der Abwicklung, das macht es kompliziert auch in der Information. Aber ich habe nicht das deutsche System an sich lobend erwähnt, sondern eher die Tatsache, dass wir da eine Lösung gefunden haben in Deutschland, die verwaltungseinfacher war. Aber das kann man nicht eins zu eins auf Österreich übertragen. Aber wie stehen Sie grundsätzlich dazu? Man kann über alles diskutieren, aber das steht nicht im Regierungsprogramm. Und ich glaube auch nicht, dass da Debatte stehen soll. Also eine Kürzung der Notstandshilfe wird mit Ihnen nicht kommen. Kürzung, das Gegenteil davon ist die Erhöhung. Sie haben es schon angesprochen, die Notstandshilfe ist befristet erhöht worden auf die Höhe des Arbeitslosengeldes. Diese Regelung läuft jetzt aus Ende Juni. Sind Sie dafür, angesichts dieser dramatischen Zahlen, die wir gesehen haben vom Arbeitsmarkt, noch einmal die Notstandshilfe befristet zu erhöhen auf die Höhe des Arbeitslosengeldes? Wir haben das bei all den Erhöhungen, bei denen ich dabei war, immer so gehandhabt, dass wir uns das am Arbeitsmarkt sehr genau angeschaut haben, wie die Lage ist und dann entschieden haben, wie wir das machen. Ich glaube, dass es nicht so sein sollte, dass die Notstandshilfe permanent auf das Niveau des Arbeitslosengeldes angehoben werden sollte, weil sonst gibt es keinen Unterschied mehr. Da müsste man tatsächlich was tun insgesamt am System. Aber ob man jetzt noch einmal verlängert, wird davon abhängen, wie sich der Arbeitsmarkt jetzt nach den Öffnungen entwickelt. Okay, dann schauen wir noch zu dem größten Problem, das Sie am Arbeitsmarkt haben und das Sie noch länger beschäftigen wird, auch nach den Öffnungen, nämlich das Problem der Langzeitarbeitslosen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, also jener Menschen, die seit über einem Jahr keinen Job finden, ist um 40 Prozent gestiegen auf mehr als 150.000 Menschen. Sie haben die Aktion Sprungbrett, eine Art Jobförderprogramm schon angekündigt. Allerdings, die Details sind Sie noch schuldig geblieben. Wer bekommt wann welche geförderten Jobs? Ab wann wird es Entspannung geben? Also, glaube ich, wichtig ist mal zuerst zu sagen, die Langzeitarbeitslosigkeit ist stark gestiegen. Zum Teil ist das natürlich aus der Pandemie bedingt. Und da werden einige Leute, die im Tourismus letztes Jahr im März, April den Job verloren haben in der Gastronomie, wahrscheinlich auch relativ rasch nach den Öffnungen wieder einen Job finden. Das wird nicht einfach sein. Das war eine schwierige Zeit für diese Menschen. Aber ich glaube, da gibt es gute Chancen nach den Öffnungen. Dann gibt es Menschen, die schon davor langzeitarbeitslos waren, die jetzt nach solchen Krisen immer noch größere Schwierigkeiten haben. Deswegen das Programm Sprungbrett, um die zu unterstützen. Und das Programm ist eine Kombination aus verschiedenen Aspekten, wo wir wissen aus der Erfahrung des AMS, dass sie funktionieren. Das ist Training, Vorbereitung auf den Job, gute Auswahl des Jobs, Begleitung bei der Eingliederung und Lohnförderung über einen gewissen Zeitraum hinaus. Und wir bereiten gerade für nächste Woche die Zielvorgaben für das AMS vor, natürlich eine Abstimmung mit dem AMS, mit den Sozialpartnern, wo es darum geht, die genauen Regeln festzulegen. Es wird eine Lohnförderung geben, die wird degressiv sein, also am Anfang mehr, über zwölf Monate hinweg dann weniger. Und es wird gewisse Risikofaktoren geben, die bestimmen, wie hoch diese Lohnförderung ist. Also zum Beispiel ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen vielleicht mehr oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gesundheitlich eingeschränkt sind. Wichtig ist mir, dass dieses Programm im Gegensatz zu vielen anderen Programmen am Arbeitsmarkt auch und vor allem für Betriebe offen ist und dass das große Ziel ist, die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, also nach einer Förderperiode in eine normale Arbeit zu bringen und dort zu belassen. Das heißt, Sie schließen aus, dass diese Aktion Sprungbreit auch für Tourismus- und Gastronomiebetriebe stattfinden wird, weil da gab es ja doch die Befürchtung, dass, ich sage jetzt im Tourismus, der jetzt ewig zu hatte, dass da Leute jetzt ein Jahr lang im AMS geparkt wurden und dann so auf die Art von so einer Förderung profitieren könnten und ja gerade auch der Tourismus politisch durchaus einflussreich ist. Also das können Sie ausschließen, dass es zu solchen Fällen kommen wird? Nein, die Aktion ist für alle Branchen offen, für den Profitbereich, also die Betriebe, die auf Gewinn ausgerichtet sind, aber auch für den gemeinnützigen Sektor. Es wird Regeln für alle geben, klarerweise, aber wir starten im Sommer, das heißt, die Öffnungen im Tourismus passieren davor, aber ich bin auch sehr froh, wenn Tourismusbetriebe Langzeitarbeitslose anstellen, auch das ist ein großes Ziel. Die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen ist das Schwierigste in der Arbeitsmarktpolitik, das es gibt. Wir wissen das aus allen internationalen Erfahrungen, deswegen geht es darum, dass wir das möglichst gut unterstützen und natürlich kann es durchaus sein, dass gewisse Branchen, wo wir wissen, dass es dort vielleicht einfacher ist, auch andere Lohnförderkonzepte erhalten. Also genau die Details arbeiten wir in den nächsten Wochen aus, um mit Juli startklar zu sein und dann langsam im Sommer hinauf das Programm auszurollen. Sie haben ja 300 Millionen Euro dafür in etwa budgetiert. Machen wir es konkret, wie viel Lohnförderung wollen Sie bezahlen für die Betriebe? Wir haben mal als Durchschnitt 50 Prozent für zwölf Monate festgelegt. Das ist die Förderhöhe. Aber wie gesagt, in Abhängigkeit von der Zeit, am Anfang mehr, am Ende dieser zwölf Monate weniger und dann dahinter ein Risikoraster, wo es darum geht, welche Risikofaktoren stehen hinter der Einzelperson. Jemand, der, was ich immer, drei oder fünf Jahre vor Corona langzeitarbeitslos war, der gesundheitliche Einschränkungen hat, muss bei so einer Eingliederung mehr gefördert werden als jemand, der jung ist, der keine gesundheitlichen Einschränkungen hat und vielleicht einfach nur eine geringe formale Bildung hat. Also da geht es um unterschiedliche Fördermodelle. Das gibt es jetzt schon im AMS, aber wir werden das noch stärker formalisieren, wie das in diesem Programmsprungbrett funktioniert. Aber wenn ich das richtig verstehe, da werden ja dann eigentlich die Unternehmen gefördert, die Langzeitarbeitslose beschäftigen. Aber wie motiviert man Langzeitarbeitslose, diesen Job dann auch anzunehmen? Nicht, dass ich jetzt unterstellen will, dass die prinzipiell nicht arbeiten wollen, aber offenbar gibt es ja da ein Problem. Also der Großteil der Leute, die langzeitarbeitslos sind, glaube ich, wollen wirklich gern arbeiten. Wir sehen das gerade bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wirklich eine Schwierigkeit haben am Arbeitsmarkt. Und wenn man Pech gehabt hat, kurz vor Corona oder vielleicht auch ein halbes Jahr vor Corona, den Job zu verlieren, wenn man 55, 57 Jahre alt ist, dann hat man wirklich Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. Und die Leute wollen arbeiten, das sind große Leute, wird das Angebot sehr gerne annehmen. Bei manchen, glaube ich, braucht es auch eine gute Vorbereitung. Auch das wissen wir, je mehr um so ein Programm herumgebaut wird, das ist keine normale Eingliederungsbeihilfe, wo man einfach eine Förderung zahlt, sondern es wird rundherum ein Programm gebaut mit Vorbereitung, mit Begleitung, um die Menschen auch vorzubereiten, die länger in Arbeitslosigkeit waren. Dann je mehr man das tut, desto besser funktioniert das auch aus den Erfahrungen im Ausland. Aber Sie kündigen jetzt eine sehr großzügige Lohnkostenförderung von im Schnitt 50 Prozent an. Wie wollen Sie sicherstellen, dass dann nach diesem Jahr diese Jobs erhalten bleiben und dann nicht einfach, wenn die Förderung weg ist, der Job auch wieder weg ist? Ich glaube, dass die Chancen gut sind in einem Aufschwung, dass das passiert. Das wird natürlich ganz entscheidend sein für so ein Programm. Aber es wird keine Regeln dafür geben. Es macht keinen Sinn zu sagen, man muss die dann zwei, drei Jahre behalten, dann haben wir Schwierigkeiten, die Betriebe zu finden, die das auch machen dann. Ich glaube, es muss auch Möglichkeiten geben, festzustellen, das passt nicht. Es muss aber natürlich auch Regeln geben, die sagen, wenn es passt, sollte das möglichst weitergeführt werden. Das wissen wir. Wir werden das wissenschaftlich begleiten. Das Ziel ist, möglichst viele zu übernehmen. Im Gegensatz zu anderen Programmen, die im gemeinnützigen Bereich Arbeitsplätze schaffen für einen gewissen Zeitraum, da wissen wir, dass wahrscheinlich 100 Prozent der Jobs nicht erhalten bleibt oder knapp 100 Prozent, weil im gemeinnützigen Bereich dann die Jobs, wenn sie nicht mehr gefördert sind, nicht mehr existieren. Das heißt, wenn wir es schaffen, da einen gewissen Prozentsatz der Jobs nachhaltig zu schaffen, dann haben wir viel erreicht, aus meiner Sicht. Woher rührt eigentlich das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit? Ich rede jetzt nicht von der Pandemie, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Woher kommt das? Können Sie uns das ein bisschen analysieren? Vor allem, welche Rolle spielt die Zuwanderung dabei? Die Langzeitarbeitslosigkeit ist zum Großteil ein Bildungsproblem. Geringe formale Qualifikation, meist nur Pflichtschulabschluss. Mit zusätzlichen Risikofaktoren, also gesundheitliche Einschränkungen sind so ein Risikofaktor, Alter ist so ein Risikofaktor. Und dann in gewissen Branchen, wo es eben nicht so viel Nachfrage nach Arbeit gibt, dann entsteht daraus Langzeitarbeitslosigkeit. Wir haben also sowohl qualifikatorisch ein Problem, aber natürlich auch durch diese Risikofaktoren. Deshalb sehen wir diese Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit in vielen Staaten. In Österreich ist die besonders stark gestiegen. Wir hatten lange ganz gute Zahlen, aber seit der Finanzkrise ist die Langzeitarbeitslosigkeit eigentlich relativ hoch. Und das große Ziel einer Arbeitsmarktpolitik eigentlich wäre ja, Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Also Vermittlung so zu gestalten, dass Menschen, die ihren Job verlieren, möglichst rasch wieder etwas finden. Im Moment geht es um das Reparieren dieser Situation. Ein Thema in diesem Zusammenhang ist ja auch immer wieder eine Arbeitszeitverkürzung. Die SPÖ hat da zuletzt eine staatlich geförderte für Tagewoche für Eltern gefordert und vorgeschlagen. Da würde ja auch die Hälfte des Lohnverlusts dann ausgeglichen werden, wenn beide Elternteile in Teilzeit sind. Ist das eine gute Idee? Wird es dafür auch Unterstützung geben? Was generelle Arbeitszeitverkürzungen betrifft, bin ich eher skeptisch, weil ich glaube, dass das etwas ist, was in Kollektivverträgen geregelt werden soll. Und es gibt natürlich unterschiedliche Arbeitszeiten, Regelarbeitszeiten in den unterschiedlichen Kollektivverträgen. Generell ist es immer schwierig, weil damit natürlich verschiedene Branchen nicht unterschiedlich behandelt werden. Und wir haben es ja zuerst schon diskutiert. Es gibt Branchen, wo das möglicherweise funktionieren würde. Es gibt auch Branchen, wo es dann einen starken Fachkräftemangel gibt oder wo Wettbewerbsfähigkeit gefährdet wird durch Arbeitszeitverkürzungen. Oder eben, wenn die Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich anhergeht, die Gefahr besteht, dass die Arbeitsplätze ganz wegfallen, weil dann Automatisierung billiger wird vergleichsweise. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Innerhalb der Branchen funktioniert das sehr gut. Die Kollektivvertragsparteien sollen sich um dieses Thema auch kümmern, und tun sie auch schon klarerweise. Da geht es um die Lohnentwicklung, aber auch natürlich die Arbeitszeit und die Tatsache, dass in den verschiedensten Kollektivverträgen sehr unterschiedlich in Normarbeitszeiten steht, glaube ich, ist ein Beweis dafür, dass das gut funktioniert. Eine kurze Frage habe ich noch zu diesem Thema Arbeitsmarkt grundsätzlich, weil mich auch interessiert der einzige IHS-Chef Kocher und der nunmehrige Politiker Kocher. Sie haben als IHS-Chef sich für den leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber ausgesprochen. Wie sieht das der Politiker Kocher? Ich habe mich damals für den leichteren Zugang für Asylberechtigte ausgesprochen. Das ist, glaube ich, auch jetzt mittlerweile verwirklicht, weitgehend. Wir werden natürlich bei all den Maßnahmen, die wir setzen im Inland, und das Ziel muss sein, die Arbeitslosigkeit im Inland zu reduzieren, in der mittleren Frist natürlich auch diskutieren müssen, wie wir mit ausländischen Arbeitskräften umgehen. Und da ist die Rot-Weiß-Rot-Card, glaube ich, das entscheidende Instrument. Und da geht es auch darum, dass wir dort Maßnahmen setzen, die die Rot-Weiß-Rot-Card attraktiver macht. Das steht auch im Regierungsprogramm, und das halte ich für gut. Das habe ich auch als IHS-Chef so gesehen. Aber weil wir zu dem Thema noch ein bisschen passend und anschließend einen Fachkräftemangel, über den wir gesprochen haben, derzeit ist es ja so, dass Asylwerber eine Lehre beginnen können. Die können Sie auch abschließen, aber wenn Sie keinen Asylstatus bekommen, also abgelehnte Asylwerber sind, werden Sie abgeschoben. Ist das sinnvoll? Und werden Sie dafür eine Änderung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, dass man dann gut ausgebildete junge Menschen abschiebt und komplizierte Zuwanderungsregeln über Rot-Weiß-Rot-Card macht? Ich glaube, dass es Sinn macht, eine Regel zu haben, die Rot-Weiß-Rot-Card, und wie man es dann dort macht, kann man diskutieren. Und das ist sicher ein Punkt, den man diskutieren kann, aber in einer Reform der Rot-Weiß-Rot-Card, dass es nicht unterschiedliche Zugänge zum Arbeitsmarkt gibt für einzelne Gruppen. Das hält Hiltig auch für kompliziert und auch nicht für sachgerecht. Wann kommt die Reform? Das liegt nicht nur in meiner Hand. Ich würde mich gerne rasch dran machen, aber es ist nicht eine Reform, wo mehrere Ministerien beteiligt sind. Eine Reform, die in Ihrer Hand liegt, ist jene der Kurzarbeit. Das ist das mit Abstand teuerste Kriseninstrument und die läuft jetzt Ende Juni aus. Sie haben angekündigt, im Mai ein neues Modell präsentieren zu wollen. Heute wäre eine gute Gelegenheit. Wie wird die Kurzarbeit neu ausschauen? Das ist Teil einer sehr intensiven Diskussion mit den Sozialpartnern. Deswegen kann ich jetzt auch nicht vorgreifen. Wir sprechen seit einigen Wochen und haben auch nächste Woche wieder Termine, wo wir uns unterhalten über die Ausgestaltung. Die Aufgabe ist nicht ganz einfach. Ich glaube, man muss jetzt da ein bisschen ausholen, um zu erklären, warum das nicht ganz einfach ist. Wir haben natürlich die Kurzarbeit als ganz wichtiges Kriseninstrument. Und die muss es auch weitergeben, aus meiner Sicht, für die Branchen, die noch eingeschränkt sind, auch wenn die Öffnungen jetzt viele Branchen wieder etwas wenig einschränken. Aber es gibt Einschränkungen, deswegen muss es die Kurzarbeit geben. Gleichzeitig haben wir immer gesagt, die Kurzarbeit darf nicht, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, auf Dauer existieren, weil sie damit zu stark im Aufschwung die Dynamik am Arbeitsmarkt bremst. Und da gibt es gute Beispiele. Wir können über Beispiele sprechen, wenn Sie wollen, wo man das sofort nachweisen kann. Das heißt, man muss jetzt die Kurzarbeit so gestalten in der Phase 5 ab 1. Juli, dass die Unternehmen, die das brauchen, die Kurzarbeit bekommen, aber die, die es nicht mehr brauchen, die Kurzarbeit nicht mehr bekommen. Also jeder von Ihnen vielleicht auch hat schon mal die Erfahrung gemacht, einen Handwerker gebraucht und wie lange man im Moment wartet. Und zum Teil sind die Leute noch auf Kurzarbeit, weil sich das einfach rentiert für die Betriebe. Und das muss jetzt zurückgefahren werden in einem Aufschwungs- und Sammerproblem. Aber geht das EU-rechtlich? Man kann nach Branchen differenzieren? Kann man, könnte man, würde aber unter den Beihilfe-Rahmen fallen. Das heißt, das macht keinen Sinn. Die Kurzarbeit ist eine allgemeine Maßnahme nach EU-Recht. Das heißt, man muss die Regeln, was die Kurzarbeit, den Zugang zur Kurzarbeit betrifft, was die Regeln des Ersatzes betrifft, bei der Kurzarbeit so gestalten, dass eben genau die Betriebe, die sie noch brauchen, diese großzügige Form der Kurzarbeit auch noch bekommen. Und andere, die das nicht mehr brauchen, diese Kurzarbeit dann nicht mehr bekommen. Für die steht ja immer auch die Kurzarbeit nach altem System auch wieder irgendwann offen. Die Kurzarbeit, die es vor Corona gegeben hat, das ist ja keine Erfindung, die es seit Corona gibt. Es gab auch eine Kurzarbeit davor, aber mit anderen Regeln klarerweise. Aber die jetzigen Regeln sind im internationalen Vergleich extrem freundlich, sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber. Es gibt keine Selbstbehalte, man muss keinen Umsatzverlust nachweisen, man bekommt einen Großteil des Lohns eben ersetzt. An welchen Schrauben werden sie drehen? Wird das die Mindestarbeitszeit sein, die höher sein muss? Wird ein Umsatzausfall nachweisbar sein müssen? Worauf stellen müssen sich die Unternehmen einstellen? Ich glaube, dass es sehr wichtig war, das sehr großzügig zu haben in Österreich, weil in Österreich eben sehr stark davon der Dienstleistungssektor profitiert hat. Tourismus, Gastronomie, der eigentlich keine Erfahrung mit Kurzarbeit hatte. Und deswegen war es wichtig, das Großzügig zu haben. Jetzt geht es darum, genau, an den Stellschrauben zu drehen. Da gibt es keine Zauberformel. Aber Sie haben die Punkte genannt. Wir sprechen natürlich über Umsatzausfälle und mögliche Grenzen, die da verbunden sind damit. Wir sprechen über Selbstbehalte und wir sprechen über die Mindestarbeitszeit. Das sind die drei Hauptparameter. Und da gibt es noch viele andere Kleinigkeiten. Es ist ein recht kompliziertes Konstrukt, aber ich bin optimistisch. Wir sind recht weit und hoffe, dass wir tatsächlich nächste Woche schon um einiges weiter sind und dann Ende Mai die Lösung haben. Aber die großzügige Bezahlung, die in Österreich doch einzigartig ist, die soll so bleiben auch. Weil, ich meine, man sieht ja auch immerhin auch anhand von Umfragen, dass da ein Sinn dieser Kurzarbeit, der ja auch darin besteht, dass die Menschen sich weiterbilden, nicht erfüllt wird, weil halt die Bezahlung auch sehr gut ist. Ja, wird es da Änderungen geben? Wie gesagt, ich will das nicht vorgreifen. Auch da hängt es nicht sehr stark von der Branche ab. Also es gibt natürlich Bereiche, wo das relativ großzügig ist oder sehr großzügig ist für die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und für die Unternehmen. Dann gibt es nicht Branchen, gerade im Tourismus, in der Gastro, wo ich keine Trinkgelder habe, wo ich Überstunden nicht habe, wenn ich in der Kurzarbeit bin, ist das schon weniger großzügig. Also wie immer bei solchen Instrumenten ist es gar nicht so leicht, die Balance zu finden. Denn die Kurzarbeit wird im zweiten Halbjahr 2021 jetzt nur mehr von gewissen Bereichen gebraucht. Also man kann sich dann Gedanken machen, wie man diese Bereiche auch am besten erwischt mit solchen Regeln. Und Umsatzausfall als Zugangsregel scheint mir eine kluge Zugangsregel zu sein. Und wenn der Umsatzausfall sehr hoch ist, dann macht es Sinn, weiter Kurzarbeit zu haben. Wenn der nicht so hoch ist, dann muss man sich das genauer anschauen. Aber wir halten jetzt so bei 10,8 Milliarden Euro für dieses doch sehr teure Kriseninstrument. Ist der Entumal, dann der Deckel, wird da eingezogen? Oder ist der Kost, was es wolle, weiterhin? Also wir haben ausbezahlt knapp 8 Milliarden. Zugesagt ein bisschen mehr. Es wird nicht immer alles ausbezahlt, weil dann zum Teil doch mehr gearbeitet wird als vorangemeldet. Unternehmen machen natürlich das Richtige. Sie melden mehr Stunden Kurzarbeit an und können dann sagen, sie haben doch gearbeitet. Das ist ja völlig richtig so. Klar gibt es auch eine budgetäre Grenze irgendwann einmal. Wir haben aber auch letztes Jahr gesehen, und das stimme ich einigermaßen optimistisch, dass im Sommer die Kurzarbeit, die Anmeldungen stark zurückgegangen sind. Das wird auch heuer der Fall sein. Also trotz der großzügigen Regelung, letztes Jahr ging die Kurzarbeit gegen Ende des Sommer auf 100.000 Fälle ungefähr zurück. Jetzt haben wir dieses Jahr die Öffnungen wieder. Wir haben die Impfung. Wir haben die optimistische Perspektive für den Herbst. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Kurzarbeit ohnehin zurückgeht. Aber wir müssen jetzt Regeln schaffen, die natürlich auch möglicherweise für die nächsten Monate dann gelten auch nach dem Sommer noch. Und deshalb müssen wir genau schauen, dass die, die Kurzarbeit bekommen, die sie wirklich brauchen. Das heißt, ich nehme mit, Sie wollen uns nicht sagen, wie es verschärft wird, aber es wird deutlich verschärft werden für beide Seiten Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es wird zusätzliche Regeln geben für gewisse Bereiche. Und wie gesagt, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil wir sind in Verhandlungen. Da würden sich die Sozialpartner schön bedanken, wenn ich Ihnen heute sagen würde, wie die Regel ausschaut. Dann müsste es keine Verhandlungen geben. Aber es wird auch sehr, sehr viel selektiver werden. Es wird auf jeden Fall eine gewisse Anpassung an die Lage geben. Wenn Sie sagen selektiver, dann ist das durchaus möglich. Aber auch der Schutzschirm für Bereiche, das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, für Bereiche, wo es wirklich noch immer massive Einschränkungen gibt, gibt es ja noch was, immer nach Gastronomie zum Beispiel oder in der Stadthotellerie, dass wir da noch den Schutzschirm auch aufspannen oder auch sogar für einen Fall, dass es doch noch mal behördliche Schließungen geben muss. Also es kann niemand ausschließen, dass es das noch einmal gibt. Ich hoffe nicht. Aber wenn es das gibt, dann gibt es natürlich weiter die Kurzarbeit als Instrument gegen die Krise. Jetzt würde ich den Wirtschaftsforscher Martin Kocher noch einmal fragen gewissermaßen, was kostet denn die Corona-Krise, die heimische Volkswirtschaft im vergangenen und im heurigen Jahr unterm Strich? Das kann niemand, glaube ich, ganz genau sagen. Wir sprechen... Kurzer Einwurf, die Agenda Austria. Ein Think Tank hat ausgerechnet 100 Milliarden, 60 Milliarden Euro Wachstumsverluste, 40 Milliarden Euro Corona-Hilfen. Genau. Ist das zu hoch, zu niedrig? Also der Fiskalrat, den ich auch zeitlang vorstellen durfte, hat letztes Jahr gegen Ende des Jahres auch von 60 bis 80 Milliarden gesprochen. Also wir sprechen in dem Rahmen, das sind die Kosten, wenn man die gesamten Einnahmeausfälle, also geringere Steuereinnahmen und so weiter, geringes Wirtschaftswachstum und auf der anderen Seite klarerweise die zusätzlichen Kosten, die entstanden sind, zusammenzählt. Ist eine große Summe, ist keine Frage. Wären Sie noch Präsident des Fiskalrats, Sie würden Ihnen das schlaflose Nächte bereiten? Nein, glücklicherweise nicht, weil Österreich gut dasteht, vergleichsweise. Der Vorteil im Moment ist natürlich, dass die Zinsen gering sind. Das wird auch die nächsten Jahre noch so sein. Auch wenn die Zinsen steigen, sind die Staatsverschuldungen, die Staatsverschuldungen in Österreich langfristig so gewählt, dass die Zinsen nicht steigen werden. Und wir sind auch nicht auf einem Niveau, das höher ist als nach der Finanzkrise. Und im Gegensatz zur Finanzkrise, und das, glaube ich, ist das Entscheidende, fließt viel Geld jetzt nicht in das Stopfen von Bilanzlöchern, also wird Geld wohin gegeben, wo es eigentlich gar nicht mehr da war, sondern das Geld fließt tatsächlich in Einkommen. Die Einkommen sind bei Weitem geringer gefallen, als dass das Wirtschaftswachstum oder der Wirtschaftseinbruch war. Das heißt, es hat dann Rückstau an Konsum gegeben, der sich nach und nach jetzt auflösen wird, wenn es mehr Sicherheit gibt. Und das wird die Wirtschaft anfeuern. Wir werden einen Aufschwung erleben und die neuen Wachstumszahlen des Währungsfonds zum Beispiel oder der EU-Kommission zeigen, dass auch Österreich in diesem Jahr und nächstes Jahr stark wachsen wird. Aber haben Sie nicht schon das dringende Gefühl, dass wir da schön langsam wieder raus müssten aus diesen Hilfen? Ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, bei rund 35 Milliarden Euro Corona-Hilfen. Sollte man sich da jetzt nicht einmal anfangen, einen Plan zu machen, dass man das jetzt intimal schön langsam runterfährt? Weil ewig wird das ja so nicht weitergehen. Absolut. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was im Moment passiert. Bei der Kurzarbeit gibt es jetzt diese Phase 5 und dann irgendwann den Übergang zu einer permanenten Phase der Kurzarbeit, wie es vor Corona existiert hat, vielleicht mit leichten Anpassungen. Der Finanzminister hat angekündigt, dass die Hilfen angepasst werden oder sich anschaut, wie das weitergeht. Also ich glaube, dass klar ist, wir müssen die Situation oder der Situation angepasst, diese Hilfen, die es gegeben hat, ausfasen. Wichtig ist, dass sie noch da sind für die, die sie brauchen, aber dass wir eben nicht zu große Mitnahmeeffekte in einem Aufschwung haben. Das ist nicht ganz trivial. Das sind schwierige Abwägungsentscheidungen. Und natürlich, klarerweise, gibt es damit auch immer, wie auch bei den Hilfen selbst, gewisse Ungerechtigkeiten, die man nicht ganz vermeiden kann in einer so großflächigen Aktion. Das ist etwas, was halt die Sache immer schwierig macht, auch politisch schwierig macht. Als Wirtschaftsforscher tut man sich da etwas leicht, um zu sagen, das muss halt mal enden. Aber es ist politisch nicht ganz so einfach. Weil Sie das Wirtschaftswachstum angesprochen haben, die EU hat da zuletzt die Prognose leicht angehoben, etwas angehoben. Aber Österreich liegt immer noch unter dem EU-Schnitt. Was läuft denn da falsch? Österreich ist als Land mit den zweithöchsten Tourismus-Exporten nach Island pro Kopf sehr stark betroffen durch die Art und Weise, wie wir jetzt Einschränkungen machen mussten. Wir geben auch mehr aus für Freizeit. Deswegen ist klar, dass Österreich etwas stärker getroffen sein muss jetzt. Ich glaube aber auch, dass es zu früh wäre zu diskutieren, wie das wirklich sich gestaltet. Wir haben das ja auch gesehen in Diskussionen letztes Jahr im vierten Quartal hat es geheißen, Österreich ist ganz abgehängt. Im ersten Quartal sind wir trotz Lockdown stärker gewachsen aus Deutschland. Also einzelne Zahlen zum einzelnen Zeitpunkt sind schwierig zu bewerten. Wir werden 2022, 2023 dann wissen, wie die Länder unterschiedlich durch die Krise gekommen sind. Ich glaube, Österreich kommt gut durch die Krise, ist aber stärker betroffen als viele andere Länder, weil bei uns eben der Tourismus- und der Dienstleistungssektor einfach stärker ist. Trotzdem möchte ich betonen, ich bin ja ein Fan des Archivs. Sie haben noch im Dezember 2020, das war kurz bevor Sie in die Politik gegangen sind, haben Sie als Präsident des Fiskalrats gewarnt, wir brauchen Handlungsspielraum für die nächste Krise, die sicher kommen wird, nämlich zum Thema Budgetdefizit. Sie sehen das jetzt offenbar recht relaxed, oder? Also relaxed würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich ist das eine Belastung für das Budget. Ich glaube nur, dass es das Richtige war. Es haben ja auch, glaube ich, alle Expertinnen und Experten gesagt, es war wichtig, in dieser schweren Krise als Staat der größte Rückversicherer für die Gesellschaft zu sein. Und das, glaube ich, ist gelungen weitgehend. Aber natürlich müssen wir es schaffen, nach der Krise wieder aus diesen Hilfsmaßnahmen konjunkturgerecht auszusteigen und sie zurückzufahren. Und dann wieder Jahre zu haben, wo es wirtschaftlich gut läuft, wo man auch wieder einen Spielraum bei den Schulden schafft und im Budget schafft für die nächste Krise, die mit Sicherheit kommen wird. Weil, das wissen wir, irgendwann kommt die nächste Krise. Eine Frage, die sich da auch stellen wird, ist, wer bezahlt für diese Krise? Und da ist das Archiv ein ganz gutes Stichwort. Denn Sie waren schon 2017 in der Pressestunde, damals als IHS-Chef. Und da möchte ich Ihnen kurz zu Vermögensteuern einen Ausschnitt vorspielen. Also ich bin jetzt nicht ein vehementer Gegner von Vermögensteuern. Das kann man diskutieren. Wollen Sie Vermögensteuern für die Krisenfinanzierung? Ich glaube, dass es jetzt im Moment nicht der richtige Zeitpunkt ist, über neue Steuern zu diskutieren. Das glaube ich wirklich. Es ist nicht, um mich jetzt da rauszureden. Wir sprechen über eine Steuerstrukturreform. Da geht es ja auch um Ökologisierung und so weiter. Und ich bin immer ein Fan davon, über alles zu sprechen. Aber es geht nicht darum, jetzt Steuererhöhungen durchzuführen. Genauso wenig, wie es darum geht, jetzt ganz, ganz große Sparpakete zu schnüren. Ich glaube auch, dass die Diskussion etwas unehrlich ist. Wenn es so ist, dass wir uns diese großen Hilfsmaßnahmen leisten können, weil die Zinsen gering sind und weil die Staatsschulden kein großes Problem sind, dann muss ich jetzt nicht gleich sofort das gegenfinanzieren. Wenn es nicht so ist, dann müsste ich es gegenfinanzieren. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es geht. Wir können hoffen auf ein Herauswachsen aus diesen Schulden. Wenn das in drei, vier Jahren sich herausstellt, dass das nicht funktioniert, dann muss man darüber diskutieren, wie kann man das über Sparpakete oder über Steuerveränderungen zustande bringen. Im Moment geht es um eine Steuerstrukturreform mit einer ökologischen Ausrichtung. Das steht im Regierungsprogramm. Aber Herr Minister Kocher, es redet ja niemand davon, dass jetzt irgendwie gleich mal übermorgen Vermögensteuern eingeführt werden. Ich denke, als Verhaltensökonom wissen Sie schon auch, dass die Menschen gerne Planungssicherheit haben und gerne wissen möchten, was auf sie zukommt, was im Bereich des Möglichen ist. Und deswegen die Frage, werden Sie einer Vermögensteuer abgeneigt grundsätzlich? Nicht jetzt, aber whenever. Also eine Vermögensteuer, wir unterscheiden, das ist immer so schwierig. Es gibt natürlich Vermögensteuern. Wir haben Vermögensteuer in Österreich. Und die Aussage, die Sie vorgespielt haben, bezog sich auf, ich glaube, wir haben über Grundsteuer gesprochen und die Möglichkeit, die Grundsteuer zu verändern, weil sie lange nicht angepasst wurde. Egal. Also es gibt nicht Vermögensteuer in Österreich. Die Frage ist, sollte es zusätzlich eine Vermögenssteuerkomponente geben, das steht nicht im Regierungsprogramm und deswegen steht das im Moment nicht auf der Tagesordnung. Aber Sie fänden es durchaus okay? Ich fände es im Moment nicht okay. Nein, ich fände es im Moment nicht okay. Jetzt würde ich es nicht für alle Zeit ausschließen in einer Steuerstrukturreform, weil man es nie ausschließen kann. Aber für die jetzige Steuerstrukturreform geht es vor allem, glaube ich, um die Ökologisierung. Und auch wichtig für mich jetzt für den Arbeitsmarkt, eine Entlastung des Faktors Arbeit. Wenn wir das zustande prächt, Lohnnebenkosten, Senkung zum Beispiel, wäre das ein großer Schritt, um den Arbeitsmarkt zu beleben. Aber natürlich auch die Einkommenssteuersenkung, der zweite und dritte Tarifstufe, steht noch an, steht im Regierungsprogramm. Also es steht ja einiges im Regierungsprogramm. Zu Vermögenssteuern steht dort nichts. Was im Herbst wieder Thema wird, sind die jährlichen Pensionserhöhungen. Die haben Sie letztes Jahr ganz scharf kritisiert, weil die waren deutlich über der Inflationsrate. Soll es heuer nur die gesetzlich vorgeschriebene Pensionserhöhung geben? Werden Sie sich dafür einsetzen? Da würde ich mich jetzt zurückhalten. Als Wirtschaftsforscher habe ich mich dazu immer geäußert, weil es ein Wirtschaftsforschungsthema war. Jetzt bin ich nicht der Sozialminister, der für die Pensionserhöhung zuständig ist. Natürlich ist wichtig, sage ich noch dazu, dass wir die langfristige Finanzierbarkeit des Systems im Blick behalten. Soll das Pensionsantrittsalter angehoben werden? Das ist ja Ziel der Bundesregierung, dass das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche herankommt. Und das ist schon ein erster wichtiger großer Schritt. Da hätten wir schon viel erreicht, wenn wir das schaffen. Und das gesetzliche Anheben? Nein, das steht im Moment nicht zur Debatte. Da hätten wir auch noch kurz einen Ausschnitt aus einer Pressestunde von 2020. Wenn man sagt, in zehn Jahren oder in fünf bis zehn Jahren gibt es eine Erhöhung auf 66, ich glaube, das wäre jetzt nicht das Schlimmste der Welt. Müsste man aber fairerweise halt jetzt diskutieren, nicht? Glaube ich auch nicht. Wir sind im Moment noch in einer Lage, wo das nicht notwendig ist. Wie gesagt, in Österreich sind wir beim tatsächlichen Pensionsantrittsalter sehr weit unterm Gesetzlichen. Das wäre schon ein großer Schritt. Was dann in fünf bis zehn Jahren passiert, das wäre auch sehr langfristig gedacht, ist eine andere Geschichte. Und das steht nicht im Regierungsprogramm. Sie haben sich dazu ein bisschen angedeutet. Sie sind ja sozusagen als Wirtschaftsforscher gekommen, kennen sich in ganz vielen Themenbereichen aus. Wenn Sie im Ministerrat sitzen, dürfen Sie dann nur zum Thema Arbeitsmarkt reden? Oder hören die Ministerkollegen auch auf ihre Einschätzungen, wenn es um Vermögensteuern, um Umweltsteuern geht? Ja, ich glaube, ich sollte nicht der wirtschaftspolitische Sprecher der Regierung sein. Das möchte ich auch nicht sein. Das macht auch keinen Sinn. Aber natürlich gibt, und das ist ja auch verankert, zum Beispiel im Comeback-Team, eine Aufgabenteilung, wo wir versuchen, uns gegenseitig auch abzustimmen. Und natürlich wäre ich auch gelegentlich gefragt, wie ich gewisse Dinge einschätze. Aber es gibt auch klare Zuordnungen, Zuständigkeiten. Und ich würde mich nicht so freuen, wenn andere Minister in mir im Arbeitsmarkt dauernd reinreden. Und deswegen rede ich auch nicht anderen Ministern in ihren Themen rein. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Und natürlich bringe ich gerne meine Expertise ein. Und im Comeback-Team machen wir das gemeinsam. Standort Transformation, ökologische, digitale und Arbeitsmarkt. Aber es ist nicht so, dass ich zu allem was sagen muss. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler hat ziemlich genau zu der Zeit, als Sie als Minister angelobt wurden, gemeint, dass Neoliberale in der Krise Sendepause hätten. Also ich kann jetzt nur sagen, heute hat man es nicht gemerkt. Aber merken Sie, dass Sie bei den Grünen, dass es da atmosphärische Probleme gibt, weil sie ja doch auch als neoliberal gelten? Also ich würde mich nie und nie mehr selbst als neoliberal einschätzen. Ich weiß nicht, diese Zuordnungen sind immer sehr, sehr schwierig. Ich halte mich für jemanden, der jetzt da... Erstens, das Wort ist schwer überhaupt zu definieren. Was heißt das sozusagen? Ich halte mich für jemanden, der weit weg von neoliberal ist. Ich weiß, wie Anreize funktionieren. Ich weiß auch, dass es immer zwei Seiten gibt. Das ist halt der wissenschaftliche Zugang. Aber ich bin sicher nicht neoliberal. Und ich habe zu den Grünen eine sehr gute Gesprächsbasis. Also ich glaube auch nicht, dass der Vizekanzler da mich gemeint hat damit. Die Koalition hält aus Ihrer Sicht bis 2024? Die Koalition arbeitet aus meiner Sicht sehr gut zusammen. Und im Moment gibt es aus meiner Sicht keinen Grund daran zu zweifeln, dass das bis 2024 nicht dauern sollte. Mich würde noch interessieren, Sie sind ja von der ÖVP nominiert worden. Sind Sie mittlerweile auch schon ÖVP-Parteimitglied? Nein, das war auch nie Thema. Warum eigentlich nicht? Weil ich von außen in die Politik gekommen bin als Experte. Und es war auch nie Bedingung oder auch Gespräch darüber. Und ich habe es im Moment auch nicht vor. Ich weiß nicht, was in vielen Jahren passiert. Im Moment habe ich das nicht vor. Ich behalte mir gerne meine Unabhängigkeit bei. Und das hat bisher gut funktioniert. Ich konzentriere mich auf den Arbeitsmarkt. Und da muss ich jetzt nicht ÖVP-Parteimitglied sein. Das heißt, Sie haben also auch nicht vor, wirklich längerfristig in der Politik zu bleiben. Sie sehen das eher so als Interregnum. Mein Planungshorizont ist die Legislaturperiode. Und wie gesagt, danach sich festzulegen, ist immer schwierig. Aber das ist jetzt der Planungshorizont. Und es war die Entscheidung, in dieser schwierigen Zeit für den Arbeitsmarkt vielleicht ein bisschen was beitragen zu können. Und um das geht es im Moment, um nichts anderes. 125 Tage, wir haben es schon erwähnt, sind Sie im Amt. Nach wie vielen Tagen hat es sich angefühlt? Ja, es waren lange Tage, dichte Tage. Und man gewöhnt sich sehr rasch daran. Gefühlt sind es schon länger, aber nicht viel länger. Also man wird da sehr schnell hineingezogen in die Politik und in die Art und Weise, wie das politische Geschäft läuft. Haben Sie an einem Tag Ihren Wechsel schon bereut auch? Nein, habe ich nicht. Es gibt nicht Tage, die jetzt nicht so gut sind. Aber es gibt ja auch Tage in anderen Jobs, die nicht so gut sind. Aber ich habe es noch nicht bereut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen, Herr Kocher. Danke fürs Fragenstellen, Hanna Kordik. Wir sind schon am Ende der Sendezeit. Aber bleiben Sie dran, denn im Hohen Haus geht es jetzt gleich weiter bei Rebecca Salzer. Und zwar sind dort auch Themen die Ermittlungen im Untersuchungsausschuss. Rebecca Salzer diskutiert da mit Abgeordneten von ÖVP und SPÖ. Und am Abend diskutiert Claudia Reiterer im Zentrum unter dem Titel Kanzler, Opposition, Justiz, die Suche nach der Wahrheit mit den Fraktionsführern des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Die Pressestunde gibt es übrigens auch als Podcast zum Nachhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bad bis eurem jeder